Wenn du denkst, alles ist gut in deinem Leben, aber eigentlich läuft alles schief und du musst eine Entscheidung treffen, wofür entscheidest du dich? Pflicht oder Verrat? Rache oder Gerechtigkeit? Rache oder Gerechtigkeit? Wenn dich die Liebe deines Lebens verrät, sich alle gegen dich wenden, du keinen Ausweg mehr siehst, dann ist es Zeit zu handeln. Rache oder Gerechtigkeit? Hey! Rache oder Gerechtigkeit? 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 Rache oder Gerechtigkeit?